Hallo Leute und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Battlefield 4 Multiplayer und wie machen wir da weiter. So wir schauen mal schnelles Spiel. Wir fangen an mit Team Deathmash natürlich. Mal gucken wie es läuft. Bin gespannt. Und so. Belagerung von Shanghai. Wird Shanghai nicht mit SH geschrieben? Kann das sein? SHANGSHANGG wird in Shanghai geschrieben. Aber egal. Das SH muss mit. Mal gucken wie es läuft. Sturmsalat. Wir treten. Los gehts. So gehen wir hier rüber. Gehen wir hier durch. 1 gegen Gegner kommt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es mal nicht. Hm. 1 gegen Gegner. Bin mal da. Da hinten. Ist 1. Aber der ist viel zu weit weg. Oha. Nicht ganz anvisiert. So. Gehen wir hier durch. Ja. Nein Mann. Das war so knapp. Ich habe immerhin Killhilfe. Killhilfe. So. Mal schauen. Ja da gehts. Beauty Queen. Okay. Ja. Äh. Die Roll. Habt ihr es gerade auch gesehen? Das steht gerade vorbei. Äh. Wie hat es so gelaufen bin? Das ist so Moonrock-mäßig. Krass. Krass. Hm. Ah. Hinter mir. Hinter mir. Hinter mir. Hinter mir. Und spin down. Hier sind ja nur Camp unterwegs. Was ist denn hier los? Schaut nochmal. Hier. Hier. ich wollte eigentlich den oberen treffen aber hat mir schnell der untere getroffen ein schuss never downed down so wie jetzt zum beispiel ja gehen wir hier wieder voran hoch ja kann ich sehr gut das ist immer so immer wenn ich einen daumen machen möchte kommt irgendein anderer auf von hinten und ja killt mich das gibts ja nicht ja 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 Die Zeit sind in den Lobbys sehr schwer. Die Zeit sind in den Lobbys. 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 Sieht aber nice aus. So, gehen wir hin, gehen wir hin, gehen wir hin. Ja, Mist. So, lieber oben bleiben sollen und den von oben platt machen sollen. Na, egal. Egal. So. Alright. I mean. Anyway, oh. Two doors. Okay, fair on. Na, egal. War trotzdem eine gute Runde. Auch wenn ich nicht so viel geskillt habe, aber... War schon okay. War schon okay. Hm. Ja, verlassen wir mal. So. Neue Spiel, neues Glück heißt ja immer. So, Multiplayer. Schneide Spiele. Und Team Deathmatch. Tja, ja. Wie geht's alles so, Leute? Geht's auch gut? Geht's auch nicht so gut? Und los geht's. Ist das Zuschauer? Oder... Okay, jetzt aber. Ja, klar. Erstmal hier respawned und... Auf den Schießen, dann wird der Schild angehettet. Von wo? Ich sehe hier niemanden. Okay. Okay. Wie geht's auch eine? Habe ich ja jetzt zu spät realisiert. Okay. Hier. Come on. Dann wollte ich eigentlich grad... Messern, aber leider ging es nicht. Okay. Hier war doch einer, oder? Ich hätte doch schon mal hier war doch einer. Okay. Na, ich hab jetzt grad ne Halbautomatik. Missed. Missed, missed, missed. Livia down. Ne. Ne. Ah. Okay. Ich kann also einschauen, ob ich jetzt einen Schuss machen müsste, oder mehrere Schüsse. Cool. Probier. Nein, um den oben. Come on. So. So. Geht schon mal hier rüber. Genau. Jetzt gehen wir da rüber. Verstecken. Gehen wir hier. Ich hab nämlich zwei Schüsse gesehen. Die gehen wir hier hoch. Zuland. Da. Nein. Ich hab fast drei Schüsse hintereinander gehabt. Fast. Aber eigentlich fand's gut. Hm. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Da oben. Ne. Da. Okay. Das ist ein richtiger Camper, finde ich. Na ja, gut. So. 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 Komm schon. Wo sind die Kröne? Da. Nein. Ich hab den oben grad gesehen. Ich hab den unteren erst mal platt machen und den erst dann nach den oberen. Aber ich wusste nicht, dass er so ne Waffe hat. Mann. Die Russen sind gut. Also. Team Russen. Ich weiß nicht, ob's nur Russen sind, aber. Ne. Nein. Und da oben. Schon wieder von dem Pepino. Keine Ahnung. Oh. Töt grad da unten. Okay. So. Kann man bis schon hier. Okay. Da. Gott. Da. Da. Okay. So. Kann man bis schon hier. So. Dann gehen wir mal hier hin. So. Aber der ist ja schon down. Oh. Hinter mir. Hinter mir. Und schon da. Loll. Granate. Nein. Das war knapp. Knapp knapp. Von da oben. Oh. Mann. Gips doch neut. Okay. Ist das schon mal heilen? Das ist nicht schlecht. Oh, das ist nicht schlecht. Oh, du meinst, okay. Nein. Gibt's doch nicht. Oh. Ich hab ihn. Nice. Ich hab ihn auch. Da oben. Ich hab nur irgendwas rotes gesehen. Und dann war es auch schon wieder zu spät. So. So. Aber trotzdem ganz cool eigentlich. War besser als der vor die Aufnahme. So. Schwenker im Lager ist auch noch her. Ist der Maid? Hier ist der Maid. Oh. So. Jetzt ist getroffen. Okay. Verloren. Nee. Doch. Verloren. Schade. Trotzdem ist ganz gut. Na gut. Was sollen wir machen Leute? Was sollen wir machen? So. So. So Leute. Und wir sagen. Welche Part. Ich hoffe es hat euch gefallen. Im nächsten Part geht es weiter. Und wir haben heute Sonntag. Und ja. Wenn es euch gefallen hat. Gern die Daumen geben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 怎麼